nochmal ganz schnell diesen räumlichen pythagoras das geht eigentlich ganz einfach stell dir mal vor wir haben hier einen quader in der gegend rum stehen der hat doch eine grundfläche und auf der grundfläche quader ich meine jetzt in rechtecken totalen echten quader dann hat er doch hier unten rechte winkel hier in den ecken auch überall besteht aus lauter rechtecken also überall sind rechte winkel hier und hier und hier und hier und hier unten in der fläche auch und wenn ich jetzt die flächen einfach mal willkürlich mit a und b bezeichne dann ist die diagonale durch diese gesamte fläche c und da kann ich wegen dieses rechten winkels kann ich anwenden den pythagoras wie wir ihn kennen c² ist a² plus b² nichts besonderes wenn ich jetzt aber sage auf dieser diagonale da steht praktisch eine zusätzliche seite also hier ist so eine seite die steht genau auf dieser blauen linie drauf dann ragt die automatisch bis hoch in die ecke und passt hier oben genau in diese ecke rein und da die die seite d hier die höhe meinetwegen des quaders da die ja auch rechtwinklig steht und zwar auch rechtwinklig auf der blauen linie habe ich hier dieses in diesem schraffierten 3 wieder ein rechtwinkliges dreieck also kann ich doch sagen diese raum diagonale die er durchgeht e habe ich so jetzt einfach mal bezeichnet ist ganz einfach e² gleich c² plus d² c² plus d² ist e² ich muss es also jetzt hier nicht an die seite plötzlich quadrat anschreiben das wäre mathematisch nicht richtig so und wenn ich das so herleiten kann dann kann ich sagen im moment mal wenn aber e² sich aus d² aber auch c² zusammensetzt und dieses c² ich hier einsetzen kann als a² plus b² dann kann ich doch sagen entweder e² gleich und statt des c² sage ich was es wert ist nämlich a² plus b² und dann dieses restliche d² hinten dran wenn ich jetzt aber mal dann das ergibt sich von ganz alleine aber man macht das nicht so dass man alle buchstaben gerne durcheinander würfelt sondern in einem koordinatensystem was ja auch räumlich geht kann das ja durchaus die x-achse sein ich kann das auch alles drehen und dass die y-achse und dass eine z-achse das kommt dann so in der oberstufe dran ist aber nicht wichtig also kann man auch schon in früheren klassen lernen wir haben das schon nach achten gemacht ich verweise mal auf diese links die hier oben stehen da bleibt das video stehen wenn ihr darauf klickt oder wenn es hier nicht erscheint dann mal mit der maus drüber fahren oder mit dem finger dann könnt ihr dahin gucken und das video bleibt hier stehen und wartet und in solchen koordinatensystemen die ich einfach mit x y z bezeichnen ich habe es jetzt hier in lila gemacht dann kann ich sagen okay dann ist eine raumdiagonale jetzt nenne ich es mal einfach r dann ist die r² gleich x² plus y² plus z² so einfach ist es also ich kann in pythagoras praktisch aus zwei solchen dreiecken zusammensetzen und muss nicht erst die eine seite ausrechnen die wurzel daraus ziehen dann die wurzel hier einsetzen wieder quadrieren die wurzel wieder quadrieren ist in diesem fall unnötig ich kann gleich alles ineinander einsetzen und habe dann entweder diese variante oder eine ganz allgemeine variante ich hoffe es hat die ganze sache mal ein bisschen abgekürzt und jetzt zum schluss erscheint noch mal ein link dahin wie das alles auch normal funktioniert noch mal ein bisschen mit zahlen dargestellt und mit beispielen und so weiter und so fort könnt ihr euch dann noch weiterhin schlau machen hoffentlich hat es euch geholfen ich wünsche euch was schönes macht's gut tschüss 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 tschüss